und dann einfach abseihen und das öl dann verwenden um auf genau die stellen zu schmieren hilft bei verspannungen hilft beim muskelkater hilft richtig richtig gut habe ich von meiner schwiegermutter das rezept und ich hätte nie gedacht dass das so gut funktioniert sonnenfinsternis sechwani cool sehr nice swain sieht auch cool aus die söhnlein brillant schaava war schaava war schaava war war in mount so ich fange an mit slow und werde slow und cc erst einmal skillen leider ich muss sie gegen es spielen oder wie sehr cool na dc wäre doch nice ja ich muss halt bis level 6 schön ja das kriegst du hin mit dem char bist ja definitiv in deinem element ja ich brauche andere musik theoretisch sollte er mich 1 komplett aus dem leben poken wenn er das nicht macht ist er selber schuld aber es macht arm ja es schön genieß es genieß es so lange du noch kannst das ist mittelbe 3 aber wie ein combo auf ihn treff Schade. Ich merke, dass meine Hände langsam werden. Gar nicht gut. Meine Fresse. Hast du einen Echt erwischt? Ja. Guck mal Spaß, ey. ADC. Okay. Oh. Oh. Fuck. Komm. Nein. 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 Ah. Dieser scheiß Cast. So nah dran. Mist. In der Niederlage leuchtet man nur noch heller. Ah. Ah. Damn. So. Close. So. Wo läufst du jetzt hin? Ah. Euglein sitzen. Euglein sitzen ist gut. Wir kommen gerade irgendwie in den Jungle gerade rein. Ich folge gerade meinem ADC. Mensch. Auf einmal hat der Kerl richtig Respekt vor mir. Ich glaube das jetzt. Ja. Ja. die ist ja verdammte reichweite von diesem blöden auge Ernsthaft? Hm Ah Dieses dämliche Auge hat so eine Reichweite Okay Der Kollege spielt Ich bin mir nicht sicher Aber Ich versuche ihn zumindest zu schilden Wenn ich es kann So Ah Mehr auf Schild Wollte eigentlich nicht mehr auf Schild gehen Aber bei dem Ist es besser Wollt Zu weit weg Viel zu weit weg Für dich war Master hier in der Mitte Selbstzustellen Aber was Puh Pfotze Scheiße Der Junge outranged mich ist das Problem Ich komme nicht an ihn ran Also wenn er will Kann ich ihn nicht töten Wegen seinem Rumgejumper? Ne Weil er halt Ewig hohe Reichweite mit seinen Qs hat Das Rumgejumper interessiert mich weniger Ich warte ja bis seine Ehe raus ist Weil wenn seine Ehe Wenn sein Jump raus ist Habe ich bessere Chancen ihn zu töten Äh Verstehe Ich gehe an meine Grenzen Ja Israel Ich tue langsam weh Ne So Aktuell 48 Sekunden Also eigentlich 49 Sekunden für Ult Alter der hittet mich hier an Stellen Das kannst du keinem erzählen Sehr nice Ich komme nicht an ihn ran Dann Erstmal auf Abstand Und dann Möchte ich immer noch mehr an ihn ran Dabei bist du 12 Äh Zwei Nummern höher Level Ja siehst du wo er steht Und wo ich stehe Ja 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 ich sehe das Nice Ich glaube er hat einen kürzeren Cooler auf seiner Ehe Als ich auf meiner Könnte gut sein So Mist Down Motherfucker Ich bin scheiße ADC Gegen mich Größeren Disrespect Gibt es ja nicht Ich kann ihnen leider nicht helfen Oh laber nicht Laber nicht Dieser scheiß Swain Mit seinem dummen Auge Ah So ein Scheiß So ein Scheiß Ich wäre sogar Master Yi entkommen Aber dieses dumme Auge Das ist so lächerlich Wie ich das hasse Die ist so lächerlich Das ist so lächerlich Und dann Ach Ah Fuck Voll daneben Jawoll Na toll Ja, das ging daneben Eigentlich, um Statement zu setzen, müsste ich ihn jetzt eigentlich gleich nochmal töten Ja, mach das Ja, dann ist es einfach Ja Tom Kench Excuse me Ja 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 Okay Ich weiß Ich dachte, mein ADC kommt und wartet einfach nur, dass er die Leute, die mich verfolgen von hinten angreifen kann Stattdessen war der überhaupt gar nicht da Pffuui Ja 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 Ich bin Ja 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 Das war's für heute. Erwischt. Das wird doch nicht wahr sein. Das wird doch nicht wahr sein. Ich wusste, dass ich da so einen Schaden von fresse. So, mein ADC läuft durch den Jungle. In der Welt gibt's genug Dunkelheit. Boy. Alter Verwalter. Aber ich bin echt froh, dass der Jungle sich um die Dragons kümmert. Das ist wirklich eine Wohltat. So, ADC ist wieder auf dem Weg zur Botlane. Na, Gott sei Dank. Ah, tödlich. Oh nein. Seju, bitte. Und? Hat er ihn? Ja. Na, immerhin. Ernsthaft? Der ist dem... Der stand quasi mit seinem Arsch im Beam drin und äh... Er ist dem Einfachen gekommen. Ja, so seh ich aus, als ob ich da noch... Ich werd doch kein fünftes Mal deswegen sterben. Vergiss es. Äh, wer... Wer will kommen? Äh, Swain, äh... Hat sich gerade zurückgeportet. Kann sein, dass der jetzt top geht. Äh... So. Wenn ich jetzt schnell genug da bin... Ich bin nicht schnell genug da. Und, haha, vergiss es. Ja. Der verdammte Augenzerstörer. So, Swain bei dem Dragon. Ich muss mich zurückziehen. Äh... Ich muss mich zurückziehen. Äh... Ich muss mich zurückziehen. Äh... So. Und sofort wieder auf die Top-Lane... äh, Bot-Lane. Wer ist das? Okay. Ach, sorry. Da... Da hab ich schon, äh, ausgelöst, was ging. Boah. Boah. So. Nice. Schön Auto-Attack-Kill. So kann das funktionieren. Boah. 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 Sehr schön. Mein Hassgegner, Swain, ist jetzt gerade mal weg. Genug Zeit, um noch einmal ein bisschen auf den Tower zu hauen. Das klingt dein Hassgegner. Nein. Ist er nicht. Äh... Ich bin Auto-Hit gekillt worden. Das ist ja so peinlich. Esrael hat mich einfach mal, äh, Auto-Hit gekillt. Er ist auch einfach so aus meiner Fessel rausgejumpt. Narf. Wat ein Scheiß. Nein, äh, Swain geht mir nur auf den Sack wegen seiner unglaublich hohen Reichweite mit seinem blöden Auge. Was mich einfach mal massiv viermal gekillt hat. Und das tut einfach weh. Und ich möchte ihm weh tun. Und ich habe vor ihm weh zu tun. Meinst du? Ja. Oh, das werde ich sowas von. Ich habe keine dunklen Geheimnisse, sondern... Hm. Zwei laufen durch den Jungle. Bin jetzt mal gar nicht überrascht. So. In der Welt gibt es genug, Duncan. Ah. Hey du mein ADC, wo läufst du hin? Ich bin mir grad nicht sicher, was er vorhat, aber ich glaube, hier gibt es ein Gruppentreffen beim Baron. Kann das sein? Nein. Uff. Warum machst du hier? Wie? Oh, wow. Das ist so traurig. Er ist so behind, aber es ist scheißegal. So sad. τ fulfilled. Himself ist so gewin. Ja. Ooh. Helena. Jawohl. Wir holen. Es kann erscheinen, dass der Draven auf Gaul ist. Ich achte gerade jetzt nicht so wirklich auf ihn. Ich versuche gerade das, was hier gerade auf Top-Lane passiert, am Leben zu halten. Ist halt Level 12, deswegen. Und er ist als Solo-Laner... Nee, er ist nicht auf-K. Ja... Schade... Einmal konnte ich Yi-Stun, das zweite Mal hat leider nicht funktioniert... Wäre cool gewesen. Ich muss immer raten, wo kommt er raus, wenn er anfängt zu jumpen. Aber unser Jungle ist ein zähes Rotzvieh, ne? Alter, ist unser Jungle zäh! Nein! Erwischt! So... Äh... Er ist beim Dragon, das heißt, wir können auf jeden Fall Top-Tower holen. Ja, nice! Der ADC hat einen Schaden gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Theoretisch könnte jetzt eventuell ein bisschen schwierig sein. Also... Kuhu! Na toll, ich habe einen Blutrausch. So, ich weiß nicht, wo hier ist. Ich muss mich verpissen. Bei Massivs muss ich mich verpissen. Oh, Mann. Oh. Also schadenstechnisch bin ich heute mal ein bisschen mehr zufrieden. Ich glaube, wenn ich Lux öfter spielen würde als einmal im Jahr, wäre ich mit der gar nicht mehr so übel. Aber unser Jungle ist auch verdammt gut. Also verdammt gut. Pass auf, Master Yi ist auf dem Weg zu dir. Vor allem, da ist eine große Gruppe auf dem Weg zu dir. Wo sind die denn jetzt hin? Ja, eine Sekunde schneller, eine Sekunde schneller und ich hätte ihn vorher gehabt. Drecksack. Der hat sich tatsächlich doch weggeportet. So ein Vogel. So ein elender Vogel ist das. Glaube ich ja nicht. Also ich habe ihn zwar erwischt, aber... Auf die Art und Weise kriege ich aber keinen S-Rang. Unglaublich. Pass auf, der Frosch war in der Mitte. Der kommt wahrscheinlich hinter dir her. Nein, doch schlimmer. Was brauche ich? 6,50. Noch 6 Gold. Das nehme ich noch mit. Gut, ich komme zu euch rauf. Wieso kann ich mich nicht dahin porten? Na toll. Dann halt so. Und dann fort. Ah, hey. ich habe keine ahnung wo swain ist doch jetzt weiß ich es wir hätten sogar chancen den drachen zu kriegen ja ich heiße so oft drücken wir haben jetzt ein bisschen pushen na gut wir können doch einfach finishen also oder halt auch nicht dann für nicht halt wir machen beides wir machen einfach beides wir machen ja beides ist halt zeitlich mit drin na ja egal das ist doch gerade für den moment einfach nur wunderschön so massa hier ist auf top lane swain ist mit der erste hat mich schon lange nicht mehr zu gesicht bekommen ja noch master je master je ist auf gang kurs ich sehe dich nicht erwischt ach verdammt sehr schön sorry aber um dich zu schilden da warst du leider einen tacken zu weit weg ich hätte gerne noch ein schild verpasst äh 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 Ach Mist. Schade, 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 verdammte Hacke, dieses dämliche, blöde Rumgejumpe von Yi, ich weiß nie wo er rauskommt und ich krieg den kaum gebannt, ist das ärgerlich. So, wenn ich das jetzt verkaufe, kriege ich 160, das heißt ich bin bei 920, ja, weg damit. Und, ja, damit. 500, okay. Puh, nice, schöner Schaden. Lass mir noch was übrig. Toll, wie soll man denn, na geht doch nicht so. Toll, wie soll man denn, na geht doch nicht so. Toll, wie soll man denn, na geht doch nicht so. Ich weiß, warum ich Lux so hasse. Ich habe die jetzt bestimmt seit zwei Jahren nicht gespielt. Aber ich muss sagen, Sylas hat auch, äh, schön gespielt und Jungle auch, ich weiß nicht, Jungle, Sylas, Jungle, Sylas, beide waren geil. Weil, Jungle hat richtig reingehauen, Jungle, Jungle. Neue Stufe, eine Kapsel, jawoll. Ui, und ich habe ein S-S-Rangspiel mit Lux, kann ich direkt unter den Stellen stellen. Huhu! Alter Falter. Oah!